heute war manuell das ist ja auch manuell dreh ich halt eine runde das hier für mich hat auch nie was ich fühle mich nicht mal nicht ich fühle mich nicht mal nicht Es ist doch kein Wunder, dass das die ganze Zeit wackelt. Ich müsste auch den Stabby auf die richtige Brennweite einstellen. Das Gesicht von Leonardo DiCaprio sehe ich jetzt erst. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe ihn nicht erwischt. Warte, warte, warte. Jawohl, jawohl. Das ist doch schön. Ach, das ist doch schön. Wie kennen die diese 1D? Dieses Klobige, das finde ich wirklich cool. Wenn du dann noch so ein kleines Objektiv dran hast. Ja, ich bin zu viel. 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 Ich bin zu viel.